Gigaset möchte seinen Kunden Ostern so richtig vermiesen. Schon zum 29. März stellen sie sämtliche Smart Home und Care Dienste ein. Was das heißt, das schauen wir uns gleich noch genauer an. Und ja, das ist kein Fehler, sondern zu Karl Freitag. Konkret ziehen sie von sämtlichen Cloud Diensten den Stecker, nämlich am 29. März. Dementsprechend sind fast alle Geräte nicht mehr nutzbar. Das ist eine ganze Menge, schauen wir uns auch gleich noch an. Das Einzige, was weiterhin funktioniert, sind die lokalen Rauchmelder. Gigaset, Smoke heißen die. Hintergrund ist, dass das Unternehmen insolvent ist. Sie haben für einen Teilbereich jemanden gefunden, der da finanziell unterstützt und das übernimmt, aber der wollte diesen Bereich mit Smart Home Geräten und den Care Geräten nicht haben. Und natürlich fühlt sich auch keiner verantwortlich für die Kunden, die dem Hersteller vertraut haben und das Zeug kauften. Die können ihre Geräte leider nicht zurücksenden. Das bedauert man natürlich. Da gibt es ja auch noch eine zweite Erklärung. Da steht im Kern das Gleiche drin, aber nochmal ein bisschen ausführlicher und ebenfalls in schönen Worten, sagt man hier. Leider nehmen wir nichts zurück. Ihr habt Pech gehabt. Die Botschaft an die Kunden. Ein kurzes Protokoll. Wir scheißen voll auf euch. Wie konnte es dazu kommen? Gigaset kennen wahrscheinlich viele von euch. Die machen vor allem so Festnetztelefone, Decktelefone. Damit sind sie Marktführer. Das Unternehmen gibt es schon eine ganze Weile seit 2005. Die stammen ursprünglich von Siemens, also einem riesigen Konzern. Den muss ich wohl nicht groß vorstellen. Dort im Unternehmen geht es in jüngster Zeit nicht mehr ganz so gut. Im Januar musste das Insolvenzverfahren eröffnet werden, da das Unternehmen pleite ist. Das mag manche überraschen, da es doch ein relativ bekanntes Unternehmen ist. Was ist da passiert? Hier ist man der Meinung, das liegt daran, dass ihre Schnullus-Telefone, mit denen sie ja durchaus erfolgreich waren, dass die nicht mehr so relevant sind wie früher. Die werden zwar immer noch gekauft, aber heutzutage haben viele Smartphones mindestens eins, wenn nicht sogar noch mehrere. Da braucht nicht mehr unbedingt jeder ein Festnetztelefon, das dann nur zu Hause funktioniert. Hier hat man sich aber nicht nach Alternativen umgesehen. Dazu kommt eben noch allgemein die wirtschaftliche Lage. Das hat dann natürlich das Ganze noch weiter verschärft. Wer jetzt denkt, naja gut, da hätte man sich vielleicht vorher ein bisschen informieren können, wenn ihr hier eine Presseerklärung vom Januar, Ende Januar lest, da klingt das noch ganz anders. Da hat nämlich VTech, den kennt ihr vielleicht, hatte ich in der Kindheit mal so einen Lerncomputer von denen. Die haben das Ganze übernommen und die sagen hier, wir sind hier voll motiviert, da soll es weitergehen. Also das klingt, wenn man das hier liest, noch ganz gut. Das war erst vor wenigen Wochen. Auch der Artikel, der ist noch nicht allzu lang später erschienen. Da will man dann auf einmal stellen, kürzen. Okay. Allerdings hier unten dann neue Ära des Wachstums. Also wer das hier liest, der denkt sich, dem Unternehmen geht es nicht ganz so gut, aber das soll bald wieder nach oben gehen. Einige Kunden sind natürlich jetzt stinkesauer. Hier sagt einer, er hat sich hier 2018 eingedeckt. Das kann er jetzt alles wegschmeißen. Der hier unten sogar 850 Euro, also eine ordentliche Stange Geld. Die Geräte kann der jetzt nicht mehr nutzen oder können die Kunden nicht mehr nutzen, weil die abhängig von der Cloud des Herstellers sind. Das ist alles proprietär und sobald der eben den Stecker zieht, kann man das Ganze nicht mehr nutzen. Solche skrupellosen Verbraucherfallen sind gar nicht so neu oder gar nicht so selten leider, muss man sagen. Ich habe hier schon mal einen anderen Fall gezeigt. Da hat ein großer Hersteller von AV-Receivern bei sich Cloud-Dienste eingebaut, um damit Internetradio zu hören. Leider waren die sich später nicht einig und der Anbieter hat gesagt, ich möchte jetzt Geld haben. Jetzt ist die Funktion zwar nicht weg, aber die Kunden müssen jetzt hier nochmal ein extra Abo bezahlen und sich buchen, um Radio hören zu können. Wie das so ist mit Abos, das ist zum Gelddrucken gemacht. Nach nur drei Jahren hat sich der Preis fast verdoppelt. Dass das durchaus groß ist, sieht man hier bei einer Archivseite. Die originalen Seiten wurden leider alle gelöscht, aber dank dem Webarchiv kann man hier mal reingucken. Smart Home, da gibt es sogar hier noch Rabatt im Januar 2024, also nicht allzu lange, bevor das Ganze hier den Bach runtergegangen ist. Wir haben hier Heizungsthermostatsensoren, Alarmsysteme. Es gibt hier solche Steckdosen, wo man dann den Energieverbrauch messen kann. Die Rauchmelder, die einzigen, die wohl auch ohne Cloud funktionieren, laut dem Hersteller zumindest. Überwachungskameras und so weiter, teilweise durchaus zu saftigen Preisen. Hier hat man ein ganzes Sortiment von Smart Home Geräten sich in den letzten Jahren aufgebaut. Und natürlich, wie das bei so Herstellen üblich ist, die sind Proprietär. Die möchten, dass man bei ihnen im Ökosystem bleibt und dementsprechend dann dort immer weitere Geräte kauft. Man kann das hier durchgucken, das sind vier Seiten, einiges an Produkten. Das heißt, da sind wahrscheinlich jetzt viele Kunden betroffen, die diese Geräte gekauft haben in den letzten Monaten oder Jahren. Die sind jetzt dann eben bald komplett nutzlos, weil die in der Cloud hängen. Es geht aber noch einen Schritt weiter. Ich habe ja eben erwähnt, es geht nicht bloß um Smart Home, sondern um auch diese Care-Geräte, wie sie es nennen. Dahinter verstecken sich Geräte, die eben gerade für ältere Menschen oder für Menschen, die eben gesundheitliche Schwierigkeiten haben, gedacht sind, dass die da jemanden alarmieren können, dass Angehörige, die überwachen können, falls da irgendjemand stürzt oder was anderes Gefährliches auftritt. Hier sieht man das auch auf der Archivseite. Das ist auch so ein ganzes Set. Kann man sich hier kaufen. Ist auch gar nicht günstig. Da zahlt man mal eben für dieses Set 400 Euro. Plus natürlich für diese super intelligente Cloud-Lösung, die darf nicht fehlen, mit App und allem, dass man hier den Angehörigen Push-Nachrichtigungen schicken kann, falls was passiert. Aber auch das lässt man sich im Abo bezahlen. Das kostet zusätzlich zu dem Preis nochmal knapp 7 Euro im Monat. Auch diese Geräte werden eingestellt. Und da kann man sich vorstellen, dass es bei einem smarten Heizungssensor vielleicht nicht so cool, wenn der nicht funktioniert. Aber kann man mit leben. Wenn hier jetzt auf einmal die Leute, die das hier gekauft haben, für Menschen, die Probleme haben, die älter sind, wenn denen auf einmal der Stecker gezogen wird, da kann man davon ausgehen, dass das nicht alle mitbekommen und dass da wirklich Probleme entstehen können. Denn hier sind wir halt schon im Bereich von Gesundheit, Pflege. Hier sieht man so Alarmknöpfe gibt es da. Also das halte ich schon für mehr als fragwürdig. Wenn man jetzt mal im Internet schaut, da sind die Geräte immer noch gelistet. Zwar teilweise nicht mehr von Amazon direkt, aber von Drittanbietern oder gebraucht. Da ist noch einiges, was man sich hier kaufen kann. Die wurden also nicht mal alle aus dem Programm genommen. Auch bei Ebay findet man hier derzeit nach Gigaset Smart Home immerhin noch 149 Treffer. Durchaus auch teure Geräte hier, die sich jetzt arglose Leute kaufen können. Klar, da könnte man jetzt noch sagen, irgendwie Gewährleistung oder so gegenüber dem Händler wäre eine Option oder aber 14 Tage Rückgaberecht. Dennoch ist das schon ärgerlich, weil die Leute, bei denen das schon etwas länger her ist, die haben diese Möglichkeit definitiv nicht mehr. Jetzt sind wir hier aber ja nicht auf einem Kanal von Durchschnittsnutzern, sondern schon eher technikinteressierten und versierten Menschen. Die würden sich jetzt wahrscheinlich denken, kein Problem. Wir haben doch so tolle Software wie Home Assistant, mit der ich das Ganze von, also verschiedene Smart Home Geräte unter einer Oberfläche steuern kann. Da kann ich doch bestimmt mir das hier runterladen. Hab dann, hab's vielleicht sogar schon, kann die Geräte da integrieren. Das ist doch gar kein Problem. Dann bin ich weg von diesen proprietären Softwarelösungen des Herstellers. Leider sagt da Gigaset nö, denn die haben das Ganze Cloud-Only gemacht. Nein, doch. Sprich, hier, das ist die Software, mit der man das Ganze einbindet, die Erweiterung für Home Assistant. Die haben einfach bloß Reverse Engineering auf die Geräte gemacht, haben geguckt, wie da die Cloud-Aufrufe aussehen. Das heißt, dieses Ding hier verbindet sich nicht direkt zu euren Geräten von Gigaset, sondern zur Gigaset Cloud. Deswegen hat man dieses Projekt hier auch diese Woche eingestellt. Das Ganze wurde nämlich laut verschiedenen Quellen am Montag, also am 25. März bekannt. Sprich, es gibt hier gerade mal eine Vorlaufzeit von einer Arbeitswoche, Montag bis Freitag. Ja, hier sieht es also schlecht aus. Solange hier niemand das Ganze hardware-technisch reverse-engineert, um eine eigene Firmware zu entwickeln, dann sind diese Geräte tatsächlich Schrott, auch wenn die hardware-technisch vollkommen funktionsfähig wären. Ganz einfach, weil der Hersteller hier das Ganze an die Cloud bindet und die jetzt eben pleite sind. Da sieht man den Stecker. Anders sähe es aus, wenn man sich für offene Standards statt eben proprietärer Cloud-Lösungen entscheidet. Da könnte man hier, wie zum Beispiel bei Z-Wave, das Ganze einfach mit Home Assistant verbinden und wäre eben nicht auf den Hersteller angewiesen. Im Übrigen ist das überhaupt kein Einzelfall. Ich arbeite hier schon seit Längerem an einem Beitrag zu Smart Home, also zu intelligenten Geräten zu Hause. Hier habe ich mal ein paar Fälle gesammelt, wo Kunden besonders brutal über den Tisch gezogen wurden. Das fängt dann an mit zum Beispiel sogenannten smarten Fernsehgeräten, wo auf einmal die Apps zurückgezogen werden, dann kann man zum Beispiel kein Netflix mehr gucken. Ja, Sicherheit ist auch katastrophal, das sollte nicht verwundern. Das kostet ja alles nur Geld, der Kunde ist nicht bereit zu zahlen, also lassen wir das sowieso gleich weg. Aber hier unten habe ich jetzt noch einen Absatz drin, wo ich mir mal angeguckt habe, in der größeren Recherche, wie sieht das bei anderen aus, wann wird da der Stecker gezogen, weil ja heute alles in die Cloud geschoben wird, also auf fremde Computer. Und da habe ich einiges gefunden. Hier ein smartes Türschloss, 2017 erschien, auch 2019 der Hersteller insolvent gegangen und man hat bloß einige Tage hier Vorlaufzeit bekommen. Hier kann man das mal als Beispiel sehen, das kam hier am 3.10., zum 18.10. zieht man den Stecker, dann ist das Ganze zumindest deutlich eingeschränkt. Auch bei Amazon wollte man die Smart Home Geräte irgendwie reduzieren und weg haben, da hat man ebenfalls 2022 Cloud-Kameras abgeschaltet, bei Google dann 2023 für die IoT-Sachen, bei einer Smart Home RWE-Tochter, da war es dann Anfang 2023 soweit. Auch Osram ist das Ganze schon passiert, könnt ihr hier nachlesen, da ist es allerdings so gewesen, die haben wenigstens einen Standard, also Zigbee hier verwendet, das könnte man mit einem entsprechenden Dongle woanders anbinden, bei den restlichen Sachen hier, da sieht es meistens schlecht aus. Wir können das hier noch weiter durchgehen, da gibt es einige mehr Beispiele, der Punkt ist also, das ist schon oft passiert und wird noch oft passieren, in dem Moment, wo etwas nur über die Cloud bedienbar ist, seid ihr abhängig von fremden Computern, fremden Servern, da müsst ihr teilweise dann auch nachträglich Abos abschließen. In so einem Fall muss man eben damit rechnen, dass man diesen Komfort im wahrsten Sinne des Wortes teuer bezahlt. Wenn sein Unternehmen pleite geht oder mehr Geld verdienen möchte und die Abokosten, wie zum Beispiel Konrad, die haben das erhöht, ihre Abokosten, dann ist man da eben zweiter Sieger, weil man als Kunde voll abhängig ist und kaum Möglichkeiten hat. Was sagt ihr dazu, wie Gigaset hier vorgegangen ist? Ich hoffe, ihr wart cleverer und habt euch keine proprietären Cloud-Sachen anschwatzen und andrehen lassen. Ganz egal, ob Smart Home oder andere Projekte, ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Tschüss, bis zum nächsten Mal.